Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem ersten Video meiner neuen Serie möchte ich Ihnen ganz konkret den Ablauf bei der Erstellung von Lehrvideos im Office-Setting, das heißt in einem Setting ohne spezielle technische Ausstattung, praktisch vorflogen. Ich möchte Ihnen zeigen, mit welchen Mitteln Sie ganz einfach die für die digitale Lehre notwendigen Video-Elemente erstellen können. Wie fängt man an? Also bevor man startet, sollte man sich Gedanken über die Art und Gestaltung des eigenen Videos und die eigenen Möglichkeiten machen. Soll es ein Präsentationsvideo sein? Oder ein Video, in dem man einfache Aktionen aufnimmt? Muss man zum Beispiel im Video sichtbar sein? Oder genügt die eigene Stimme? Ist man in der Lage, live zu sprechen oder fühlt man sich sicherer, wenn man ablesen kann? Und schließlich, wie lang soll das Video überhaupt sein? Die Beantwortung der letzten Frage ist klar. Machen Sie es so kurz wie möglich und versuchen Sie unter maximal zehn, eher unter sechs Minuten zu bleiben, denn sechs Minuten sind der Wert für die durchschnittliche Sehdauer von Webvideos in Online-Kursen. Meine persönlichen Eckwerte sind, bei kurzen Videos von bis zu zwei Minuten bleibe ich unsichtbar? Bei längeren Videos bin ich als Sprecher zu sehen. Der Grund? Längere Videos sind bisweilen relativ undynamisch, das heißt, es passiert phasenweise nichts auf dem Bildschirm und da kann es hilfreich sein, den Sprecher mit seiner Gestik und Mimik auch zu sehen. In beiden Fällen lese ich den Text gern vor. Das macht mich sicherer. Zumal ich es ja zumeist noch auf Englisch mache. Tja, und in beiden Fällen nutze ich PowerPoint als Präsentationstool. Gehen Sie also in sich. Wollen Sie Ihren Text vorlesen oder nicht? Wollen oder müssen Sie im Video sichtbar sein? Wollen Sie Ihre eigene Stimme einsetzen oder die einer anderen Person? Wollen Sie etwas präsentieren oder nicht? Und schließlich, wie lang soll Ihr Video werden? Sobald diese Parameter so oder anders gesetzt sind, können wir an die inhaltliche Planung gehen. Dazu mehr in einem zweiten Video. untertitelung aufgrund derức jaAmerica mit den Kadeshkoll Hosentale kann man sich starten. Hier видно, wase ich als Hinterkopf wars 이거는